Kompetenzführer für hochwertige Komponenten, Systemlösungen und Dienstleistungen für die Lüftungs- und Klimatechnik. Die TroxHesco Schweiz AG – The Art of Handling Air. Mit ihrer über 150-jährigen Tradition versteht es TroxHesco seit jeher, sich den wechselnden Bedingungen anzupassen. Dabei ergeben sich Marktchancen, die wir nutzen und kontinuierlich weiterentwickeln. Eine adäquate Preispolitik und kundenorientiertes Agieren führen zur überzeugenden Marktakzeptanz der TroxHesco Schweiz AG. Heute liefert und produziert TroxHesco Komponenten und Systeme für lufttechnische Anlagen aus einer Hand. Unsere Stärke? Dem Gebäudetyp angepasste Systemlösungen. Im Werk Rüthi fertigen wir Produkte für lüftungs- und klimatechnische Anlagen. Unter anderem Luftdurchlässe, Regelgeräte, Wohnungslüftungsboxen, Brandschutz- und Entrauchungsklappen. Qualifikation und Motivation – zwei herausragende Eigenschaften unserer Mitarbeiter, die sich kontinuierlich weiterbilden. So haben Sie als Kunde immer den richtigen Ansprechpartner. Administrative und technische Herausforderungen lösen wir mit themenübergreifender Fachkompetenz. Die überzeugenden Stärken von TroxHesco sind die Produkteentwicklung, die eigenen Testverfahren und die Inhouse-Produktion. Dies gewährleistet individuelle Spezialanfertigungen sowie eine flexible, schnelle Lieferung. Schweizer Präzision dank Schweizer Produktion – ineinandergreifende Prozessabläufe vom Arbeitseingang über die Arbeitsvorbereitung und die Fertigung bis zum Warenausgang garantieren die hohe Produktequalität. Die Meinung unserer Mitarbeiter ist uns wichtig. Dies stärkt den Teamgeist und fördert die Planung sowie den Einsatz sinnvoller Automationsprozesse. Eine zielgerichtete Job-Rotation optimiert die Auftragsbearbeitung. Mit der TroxHesco Academy stellen wir unser umfangreiches Know-how der gesamten Branche zur Verfügung. Für die verschiedenen Zielgruppen wie Architekten, Planer, Installateure und Anlagenbauer werden maßgeschneiderte Veranstaltungen angeboten, in denen sie neben Fachvorträgen auch die Möglichkeit erhalten, ihr Wissen in unserem Strömungslabor und Akustikraum zu vertiefen. Innovative Entwicklungen und Technologien innert Kürze nutzbar zu machen, ist unser Anspar. Die Einführung von BIM, Building Information Modeling, die Nutzung eines 3D-Druckers und energieeffiziente Produkte definieren den hauseigenen Massstab. Das sind erste erfolgreiche Schritte, um sich der Herausforderung Industrie 4.0 zu stellen. TroxHesco Schweiz AG – innovative Systemlösungen aus einer Hand.